Hallo Kinder, herzlich willkommen wieder zu Hoppel und Bürste. Hoppel und Bürste sind gerade schon ganz aufgeregt, weil wir sind endlich da. Wir stehen vor Frau Eules Tür und wollen gleich rein. Aber jetzt müssen wir erst mal gucken. Mensch, hallo ihr beiden. Hallo, hallo, hallo. Sag mal, Hoppel, hast du dein Geschenk dabei? Ja, schau, hier. So schön schleife. Super, ich habe jetzt auch hier schon baumeln. Partyüter haben wir auch, dann sind wir jetzt bereit und hängen mal. Ja, aber warte, wir haben doch noch einen mitgebracht. Ja, kommt rein, kommt rein, dann kann die Party gleich steigen. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. So, dann klingeln wir mal. Hallo, schön, dass Sie da sein. Hallo, Frau Eule. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. 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 Ja, vielen Dank. Komm rein. Frau Eules, haben wir ein Geschenk mitgebracht. Das ist ja nett. Die stellen wir dir mal auf deinen Geschenketisch. Oh ja. Okay, dann machen wir jetzt ein bisschen Party. Habt ihr Lust auf ein paar Spiele? Auf jeden Fall! Ihr auch, Kinder? Dann geht's los. Als allererstes wollte ich Topf schlagen spielen. Oh ja. Super. Zeig mir, möchtest du dich? Ja, ich möchte. Verkleiden. Wie geht das? Also, die Seven verbindet sich jetzt die Augen. Soll ich dir dabei helfen? Ja. Und der Cello kann mal den Topf holen. Ich bin da schon alleine. Und ihn im Raum verstecken. Oh, ich glaube wir müssen die Seven mal ganz doll drehen, und das ist schön, dass ich die gar nicht falsch probiert bin. Los geht's! Stand up! Und noch mal! Und Start! Uh! Das ist wahrscheinlich. So. Jetzt mal. So, liebe Kinder und ihr müsst jetzt sagen. Heiß oder kalt? Das ist nicht wahr, wo der Zentrum kommt. Und jetzt kommt der den Topf her kommt. Und jetzt kommt der Tupf her. Halt! Wärmer! Halt! Halt! Oh ja, warm! Heiß? Heiß? Jaaa! Und was ist da besser? Ein Glücksgeeks! Das war toll, oder? Jaaa! Okay, ich hab noch ein Stück. Stoppern! Und wie geht das? Der Zello trommelt ein bisschen. Wir müssen tanzen. Und wenn Zello Stopp macht, dann dürfen wir uns nicht mehr bewegen. Einfrieren! Das ist aber schwer. Das schaffen wir schon. Liebe Kinder, pass gut auf. Wer sich bewegt, der ist dran. So, liebe Kinder, vielleicht können wir auch helfen. Wer war jetzt zulässt? Stimmt! Der Hase! Jetzt, Hase, sagst du dich hinsetzen. Und wer war das? Genau, unser Clown Serven! Serven! Hinsetzen, bitte! Nur noch die Beine! Oh, wie spannend! Ja, dann los! Oh, oh! Liebe Kinder, wer war denn zulässt? Wer war denn zulässt? So, Hase, wer war denn zulässt? Ich hab das nicht gesehen. Mhm. Ja, Daniel hat recht! Das war die Igel! Hallo! Sie können sich hinsetzen. Also, allerletzte, als die Gewinner der Frauenbeute von uns lässt mal tänzen. Ja! Juhu! Lass uns mal! Okay, habt ihr Lust auf noch ein Spiel? Ja! Okay, wir schnappen uns einen Luftballon. Ihr auch, Kinder, wenn ihr einen habt! Das habt ihr. Der Boden ist Lava. Und der Luftballon darf die Lava nicht berühren. Also in die Luft mit ihm! Piu! Pau! Ah! Piu! Pup! Igel! Piu! 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 Pup! Igel! Pup! 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 Nein! Wund, nein! Vielleicht, wir können auch ein zweites Ballon dazu wohnen. Was halt ihr denn davon? Jaaaa! 1 Satat! Achtung! Puh! Pup! Das ist ganz schön 친慘! Piaaa! Das ist ganz schön anstrengend. Puh! Jetzt hab ich aber ganz schön Hunger. Ihr auch? Ja! Ich habe Kuchen. Lass Kuchen essen. Lecker Kuchen. What the fucker Kuchen. So, liebe Kinder, während die ganze Partymeute jetzt den leckeren Kuchen isst, ruhen wir uns noch ein bisschen aus. Und beim nächsten Mal hat der Igel, ja, du, nämlich eine kleine Entspannung für euch vorbereitet. Das könnt ihr beim nächsten Mal sehen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr könnt jetzt die ganzen Partyspiele zu Hause auch nochmal ausprobieren mit eurer Familie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.